Ich grüße euch, ja, am 30.03. kommt das Gebüsch, mein neues Album und diesmal will ich die Box nicht zerstören, sondern Tatsache, weil ich heute mal einen vernünftigen Tag habe, mal reinschnuppern, was überhaupt da drin ist. Ich habe mich damit noch gar nicht so befasst. Sie ist strengstens limitiert, wie gesagt. Ihr könnt sie bei hhv.de erstellen. So sieht das gute Stück aus. Ein wunderbares Cover von Mach One. Mal schauen, was in dem guten Stück drin ist. Also, fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Wir haben eine individuelle Fotostrecke, natürlich mit mir als Interpreten drauf. Ja, wie gesagt, das ist völlig individuell, weil eben limitiert. Dann haben wir noch ein exklusives T-Shirt, was auch nur in der Box drin ist. In der Standardgröße L. Auf jeden Fall lässig. Dann haben wir die Fortführung der Top-Story-Tape-Reihe. Zweiter Teil mit McStream, der hat es produziert. Feature-Gäste, Shackle, GGB und Tiger. Also alte Bekannte, altes Konzept. Dann ein Baggy mit Brocken-Erde von unserer legendären Brocken-Expedition. Grüße raus an der Stelle an die Sherpas. Ich bin wieder Boogie Down mit ihnen. Eine CD mit den Instrumentals von Gebüsch. Wenn meine Stimme euch irgendwann auf den Sack geht. Dann selbstverständlich die CD mit allen Tracks drauf. Featuring Tiger, Shackle One, MXM, Pöbel MC, DCV, DNS und Karate Andy. Also nur die besten Leute auf jeden Fall auf meiner CD. Hier. So sieht das gute Stück aus. Und dann haben wir noch einen Stickerboden mit allen möglichen Charakteren, die auch auf dem Cover drauf sind. Richtig schöne Kneipenschläger-Sticker. Selbstverständlich noch ein doppelseitiges Poster mit meiner schön angeschwollenen Fresse drauf. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich das Gebüsch-Cover. Und selbstverständlich für alle Vinyl-Freunde die Schaltplatte mit dem kolorierten Cover drauf. Wie gesagt, am 30.03. kommt das Album raus. Ich würde die Box aber definitiv so schnell wie möglich vorbestellen. Sie ist strengstens limitiert, damit dann keiner mehr die Ohren folholt am 30.03., wenn im HHV-Store dann keine Boxen mehr da sind. Also, wie gesagt, Top-Produkt, Top-Rap. Gönnt euch. Peace. 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 Peace.